Was denn? Hör auf, aber ich glaube, das wäre echt viel, also wenn ich 150 Millionen da durchjage. Marble ist auch noch viel da, aber da können wir noch viel mitbauen. Glas. Glas. Legge das Glas. Okay, ich brauche ein Glas zu vier. Sollen wir durchgehen? Eins. Kann irgendwas rausgeschmissen werden? Ich glaube, da haben wir noch keine Filter mehr. Ne. Also ich nehme zwei Packungen Glas, bitte, und jetzt zurecht ich mal noch Glowstone. So. Damit wir mal ein bisschen das Zeug bauen können. Ich brauche einiges, weil das Glas ist, finde ich eigentlich ganz gut zum Beleuchten, wenn es darum geht. Dann schmeißen wir das gleich hier rein. Quack Glas. Sind wir hier mal Glas gebraucht? Nö. Na doch, in dem einen Ding. Wo reicht der? Hätte ja für der ein Glas ein Leuchtglas reichen. Warte mal, dann können wir dann auch noch gucken. Das war nur ein Leuchtglas nutzen. Hier habe ich denn die Dinger schon gebaut. Ne, hier füllt auch noch ein bisschen. Hier füllt der ein normales Glas, weil die Leuchtstäbe dazwischen da sind. Also, ja, jetzt möchte ich gerade wieder Baustellen-Hopping hier, aber, ne, die sind da. Dass ich das beleuchten soll, es ist eh mal Tag, so wie gesagt. Nicht, dass er fragt, warum ist immer Tag, Tag, Tag? Kannst du nicht mal in der Nacht spielen? Könnte ich, klar, aber ich will nicht schlafen gehen. Erstens, schlafen in Minecraft dauert Zeit. So, Zombies spawnen, bla bla bla. Ist ja normal. Jetzt müssen wir überlegen, dass ich, glaube ich, die Hälfte der Zeit da nur noch mit Schlafen verbringe hier. Dass ich hier ein bisschen vorankomme. So, hier kommt auf jeden Fall Deadglas. Und hier würde ich sagen, machen wir das in der Mitte. Ey, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Oh, ich wollte nicht unterfallen. Guck mal, da haben wir doch gleich schon wieder alles gelöst. Hier machen wir so. Packen den in der Mitte. Oh, machen einfach so. So, dann haben wir da oben Fenster. Ich weiß nicht, ich kann nicht hier vielleicht auch noch machen. Dass ich vielleicht sage, komm hier, mach ich ein Fenster rein. Das ist doch ein bisschen interessant, aber er zeigt jetzt immer noch nicht an. Jetzt kommt er so langsam, dass er was zeigt. Oh, ich habe hier keine Strebe reingezogen, ne? Hier muss ich auch, will ich hier eine Strebe reinziehen? Habe ich da oben auch gemacht. Damit das Salz... Aber ich bin überlegen, ne, wir machen hier keine Strebe rein. Zumindest in dem nicht. Das ist ein bisschen besser. Also ich finde es so, dass es... Oh. Okay, in der Gedeck Glas. Normales Glas. Ich finde es doch so besser. Wie mache ich das denn jetzt hier? Kann ich den Carpenter benutzen? Wenn ich welche mithabe? Die können vielleicht da... Mal probieren. Vielleicht wenn ich den Blockteil sitze. Also Carpenter Blöcke. Den da mal. Okay, kann ich nicht mehr öffnen. Ähm. Ich weiß, was ich machen kann. Die habe ich aber... Ne, da muss ich wieder die wegpacken. Könnte... Könnte Halfdinger nehmen. Ja. Brauche ich aber nicht. Haben wir eine Baubattle gegriffen. Und zwar... Aber ich kann auch Cover nehmen. Stimmt, Cover können die auch dran klatschen. Ich glaube, die... Ne, die kommt... Ne, genau nicht. Ist ja egal, welchen Weg ich nehme. Es sind beide Zimmer aus. Der eine nur ein bisschen später. Ich habe, glaube ich, keine Cover mehr zugeschnitten. Oder? Ne, Marble Cover habe ich nicht. Aber ich könnte... Miss Large Stand. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Saw habe. Doch. So. So. Ah, das war wieder. Oh. Hi, Enderman. So. Wird jetzt nicht... Aber klar. Sieht jetzt nicht perfekt aus. Hat aber seinen Zweck. Achso. Alles gut. Hier könnte man eigentlich auch noch alles zumachen. Könnte auch hier Glas vormachen. Oder offen lassen. Offen lassen. Offen lassen. Ist auch ganz gut. Wo ist Enderman die noch immer hier? Auf die Füße wirst du gehauen. Auf die Füße wirst du gehauen. Tschüss. Gib was auf die Füße. Ich brauche nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich gerade nicht mehr. Jetzt komme ich hier schlecht dran. Aber doch. Okay. Wenig Seed Oil. Ist aber okay. Gibt's denn? Recipes. Ja gut. Kerosid. Nein. Das gibt keine Seed Oil. Ich will ja Seed Oil haben. Also. Kops kennen wir. Hm. Um zu gucken. Da. Ja genau. Also. Was bringt denn. Jetzt wirklich am meisten. Ja gut. Die ist klar. Weil das ja. Das sind glaube ich. Ein Millibucket oder so. Ja. Das ist ein Millibucket. Ähm. 220. 218. Also. Wenn man so. Die bringen gar nicht viel. Die bringen nur 10. Die bringen auch nur 10. 10. Das bringt alles nur 10. Ah. Ich find nur noch irgendwas. Was frischstimmig mehr bringt. Guck. Hier würde sogar noch Mulch rauskommen. Also bei. Gibt noch 50. 100. Peach Nut. Bier nur. 180. 150. Die. Haselnuss. 50. 80. Also. Cherries. Okay. Feigen. Sieht. Ah. Brasilische Nuss. 120. Okay. 50. 20. Für die Ginko Nuss. 25. 200. Das ist von Bienen. Das war mein. Schrank. Achso. Das sind ja. Die haben. Ach. Genau. Die haben. Die haben. 25. 200. Das ist von Bienen. Das Achtfache dran stimmt. Äh. Die wären nicht schlecht ne. Die wären echt nicht schlecht. Von den Farmt. Farmt Queen. Sollen wir uns noch Farmt Queen herstellen? Details. Kriegen wir denn. Also normal normal. Und Weed in der Nähe. Das ist ja nicht schlimm. Dann machen wir einfach so ein kleines Weed Feld daneben. Und packen die in den Dingen rein. Sollen wir uns mal. Machen wir. Machen wir. Machen wir mal hier so ein. Ähm. Zettel. Ähm. Da. Ich hab da so. Okay. Nimm hier einfach einen Block. Ich nehm einen Block. Sonst hab ich meist immer so kleine Zettel. Oh. Stuhl. Mach mich nicht krank. Also wir brauchen eine Farmt. Mal gucken, dass wir die aufteilen. Eine Farmt. Und wie kriegen wir die Farmt denn raus? Also. Die können wir. Naja. Wir wollen das Gehen ja nicht haben. Wir wollen ja. Das Gehen dafür produzieren. Wir brauchen eine Kultivierte und eine. Wofür. Also eine Kultivierte kriegen wir easy hin. Kultivierte. Aber das ist egal ob wir die eine Ding haben oder so. Dann nehmen wir auch den Namen von die Queen. Weil wir die schneller kriegen. Oh. Jetzt wollen wir noch so eine. Ne. Rural. Und die kriegen wir auch eine Meadows und eine Diligent. Also wenn wir jetzt eine. Ähm. Meadows Queen haben. Dann nehmen wir einfach noch eine Diligent. Und hätten die. Die plus die. Dann gibt die. Die plus die. Dann gibt die. Die plus die. Dann nehmen wir eine Farm. Da könnte man vielleicht mehrere von produzieren. Ähm. Und dann wäre es doch easy. Ja. 12 Prozent. Das machen wir aber nicht mit. Mit dem Breeding. Sondern wir machen das selbst. Selfmade. Production. Tun uns dann das. Entweder holen wir es. Gehen aus dem nachher raus. Also aus den kleinen. Also. Wollen wir gar nicht so weit laufen. Also ich habe. Weiß nicht. Habe ich noch hier die Queens drinne. Ne. Aber. Ähm. Wir können. Wir haben bestimmt noch paar Diligentz hier drinne oder? Oder habe ich die früh ausge. Dilly. Ne. Die habe ich früh ausgemerzt. Macht nichts. Ähm. Queens. Da haben wir eine Queen. Eine Meadows. Und die haben wir schon mal da. Jetzt brauchen wir noch eine. Ne. Das ist eine Variant. Oder so eine. Cultivated. Tämmöse. Ich will shockw 17 нас. Und durch aus den Augen. Und sich auf diese Seite befindet. 钟 bush. Untertitelung des ZDF, 2020